Barakallahu alaikum, es gibt eine klare Überlieferung von unserem Propheten Mohammed, es werden Führer kommen und diese Führer, die werden das Gebet verschieben und die werden die bösen Leute um sich haben und halten und die guten Leute werden sie von sich selber wegbringen. Wenn diese Zeit eintrifft, dann darfst du für sie kein Polizist, kein Soldat, kein Vermittler und kein Sammler von Zakat oder von Almosen sein. Deutlicher gibt es nicht. Einige Gelehrten haben dann gesagt, okay, wenn der Führer Muslim ist, da sollte man ihn doch unterstützen, aber beim Guten, beim Schlechten nicht, aber beim Guten. Aber dass man einen Führer unterstützt, in Wulm, in Ungerechtigkeit, natürlich darf man nicht. Und die Sache ist so, wenn man denkt, dass dieser Führer gerecht ist und gut ist und jetzt wir reden über muslimische Länder und da denkt man, der ist Muslim, der ist gut und gerecht und der ist in Ordnung, aber der hat Fehler. Keiner ist fehlerfrei. Und ich sage mal, ich unterstütze ihn beim Guten und beim Schlechten versuche ich ihm Nasihat zu geben. Das ist eine Ansicht von den Gelehrten. Und die andere Ansicht ist, nein, man darf das nicht, das Hadith ist klar. Das ist eine Ansicht von den Gelehrten. Und die andere Ansicht ist, nein, man darf das nicht.